So, dritter Versuch in dieser Gruppe. Schauen wir mal wieder, ob der Bennett das macht. Anerkannte Flüchtlinge. Und ja, das ist gut für Bennett. Und der Junge, nicht in Schlagdistanz. So, an zweiter Stelle 132 und Andreas Ehebeck an vierter Position. Und jetzt mal schauen. VW oder Ford. Das sind die beiden Zuhörer. Ja, die 160 kann sich so langsam absetzen. Hat jetzt 20 Meter Vorsprung. Und ich sage ja, da wird sich der Junge richtig ärgern. Das haben wir letztes Mal schon gehabt. Aber jetzt Racing. An dritter Stelle 132. So, 132. Technische Probleme. Vorne links ist Blattfuß. Untertitelung. So, hier sind wir jetzt aus, mal drüber runter. Oh, 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 das war ganz eng. Und da hätte Bennet Hünje noch mal einen Fehler machen können. Und das wäre vielleicht die Chance gewesen für den Kollegen aus Oldenburg. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob Andreas dritter oder vierter ist. Das müssen wir noch mal sehen. Wir haben hier jetzt ganz neu eine Transponderanlage. Es war kein Gumi, ja.